Hi. Hi, was darfst du sein? Ein helles bitte. Okay. 50 Cent? Euro. Hohe Kosten? Nicht mit uns. Provisionsfreie Altersvorsorge ohne Kostenklatsche. Hi. Hi, wie machen wir's denn heute? Hinten und an der Seite kurz und vorne ein bisschen länger. Okay, sollen wir vorher waschen? Gerne. Mach dann 150 Euro bitte. Hallo. Hallo. Einmal die Zeitung von heute bitte. Einmal die Zeitung von heute. 25 Euro bitte. Hohe Kosten? Nicht mit uns. Provisionsfreie Altersvorsorge ohne Kostenklatsche. Gibt's noch Fragen? Eigentlich nicht. Gut, dann brauchen Sie nur noch hierzu unterschreiben, dann sind wir in der Zeitung von heute. Servus. Gut Gott, bitteschön. Ein halbes Kilo Rinderhack bitte. Gerne. 80 Euro bitte. Hohe Kosten? Nicht mit uns. Provisionsfreie Altersvorsorge ohne Kostenklatsche. Gibt's noch Fragen? Eigentlich nicht. Gut, dann brauchen Sie nur noch hierzu unterschreiben, dann sind Sie mit der bestmöglichen Altersvorsorge abgesichert. Mhm. Sehr gut. Hier, hier und hier. Und was kommen da jetzt noch an Kosten auf mich zu? Mit Provision um die 15.000 Euro. Hohe Kosten? Nicht mit uns. Provisionsfreie Altersvorsorge ohne Kostenklatsche. Steifstil忍� tipo. noch Essenklatsche. J16145 ql utrisiní. Zwei in Intern gia vor ist,